Dann müssen wir was anderes probieren. Sorry. Ich muss diese Statuenteile am Wandgemälde ausrichten. Du glaubst, von der Richtung ist das alles ein Sinn. Okay, das funktioniert auch nicht. Genau das hoffe ich. So geht es wohl auch nicht. Also irgendwie rate ich gerade ein bisschen. So geht es wohl auch nicht. Okay, das funktioniert auch nicht. So geht es wohl auch nicht. Ich glaube, ich muss diese Statuenteile am Wandgemälde ausrichten. Okay, das funktioniert auch nicht. Kann man die auch irgendwie einzeln drehen oder... Kann man nicht. Okay, das funktioniert auch nicht. So, ich gucke mal ins Buch. Ich muss immer wieder was trinken. Die Hals ist ein bisschen trocken. Ich verstehe es nicht. Das ist mir schon klar. So geht es wohl auch nicht. Ja, schließe nicht das Wandgemälde ab. Das ist schon klar. Okay, das funktioniert auch nicht. Oh, die Kamera ist gerade ein wenig. Bam! Geschafft! Sehr schön. Gut, ich habe es nicht hinbekommen. Schnell, aber ich habe es irgendwann gecheckt. Sehr gut. Ach, Nate. Hat Francis Drake jemals die verlorene Stadt gefunden? Glaube ich nicht. Außer, als wäre er nur bis hier gekommen und hat dann umgedreht. Und hat seinen kleinen Umweg dann verheimlicht. Ja. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Was meinst du? Ich weiß nicht. Alles hier kommt mir wie eine große... Warnung vor, meine ich. Schon möglich, meine Liebe. Schon möglich. Sieht wie ein verziertes Becken aus. Ich brauche eine Fackel. Jetzt wolltest du es bekommen. Da brät mir noch einer ein Starch. Oh. Wie oben? So auch unten? Sully, das ist eine Art Sternenkarte. Das macht Sinn. Die Araber haben sich mit den Sternen in der Wüste orientiert. Genau wie die Seefahrer auf dem Meer. Das stimmt. Man könnte doch mit diesen Sternenkonstellationen die verschollene Stadt finden. Mit dem Sextanten, ja. Ich war nicht umsonst jahrelang in der Navy. Und ich dachte immer, du wolltest nur mit deiner Uniform angeben. Ach ja? Ja, vergiss es. Hey, glaubst du, du kannst dir das merken? Ja. Klar, aber wir sollten es abzeichnen, oder? Bitte, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schaut euch das mal an. Wie überaus... ...aufmunternd. ...hört ihr das? Oh oh. Oh nein. Was ist das? Weg von den Wänden. Halt bloß die Fackel fest. Oh, Mist. Nein, nein. Oh Mann. Sie sind auch viel aggressiver. Klasse. Mann, das Licht macht ihnen kaum etwas auf. Wiedle mit der Fackel. Elayna, folg uns. Elayna, die Schrodenflinter. Mach ich's. Wir müssen hier rauskommen. Okay, bleib dicht an mir dran. Schieß weiter und folgt mir. Schnell. Los weiter. Wir sind überall. Sorry, schieß weiter. Ich glaube, hier kommen wir durch. Wir müssen die Tür öffnen. Sie steckt fest. Vielleicht kann ich sie von drüben öffnen. Halte sie damit zurück. Ich helfe Elayna von hier aus. Versuch es mal. Okay. Mach's mit. Wie läuft's, Elayna? Elayna! Alles klar da hinten. Sully, ich brauche mehr Kugeln. Komm hin, Junge. Sully, ich brauche sie jetzt. Hier. Linda. Los. Hier geht's voran. Ich glaube, ich hab ihn. Mach die Tür auf. Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich hab keine Ahnung. Boah. Ich hab langsam die Schnauze voll von diesen Viechern. Halt, ihr wusstet davon? Wann hattet ihr vor, mich zu warnen? Hey. Schaut mal. Die Welt täuschte dich nicht mit Schönheit. Es ist der Traum eines Träumers. Ein Trugbild der Wüste. Bevor der Becher des Todes dich tränke. Reizend. Alles auf Englisch. Ja. Ja, das war wohl Drake. Okay, okay. Jetzt nochmal im Klartext. Drake segelt tausende Meilen auf der Suche nach diesem Atlantis der Wüste. Und als er hier ist, bringt ihn das, was er findet, dazu, umzudrehen, zurückzusegeln und seine Expedition zu verheimlichen. Genau. Aber du, du machst weiter, nicht wahr? Ja. Und wofür? Den Schatz? Sally, auf dich hört er. Halt ihn bitte auf. Ja, Sally, bitte, halt mich fest. Ihr zwei habt sie doch nicht mehr alle. Elena, komm, wir machen doch nur Spaß. Hört zu. Ihr habt gewonnen, okay? Ihr habt sie geschlagen. Ihr wisst, wo die Stadt ist. Und Marlau nicht. Wieso reicht das nicht? Und Marlau nicht. Und wir haben wieder Munition. Und wir sind wieder hier. In Deckung, hinterher. Oh, Scheiße, Deckung. Rauchgranaten, wie nett. Ich kann überhaupt nichts sehen. Ah, du Wichser. Ich kann nichts sehen. Sally, alles klar? Ja. Boah, Junge. Du Wichser. Gib mir mal deine Muni. Oh. Seht ihr noch mehr? Wir müssen einen Ausweg finden. Und wie sollen wir das machen? Hier drüben, Nate. Ich helf dir hoch. Okay. Sally, helf mir hoch. Schnell. Vorsicht, Junge. Wir haben einen Schatz schnell gefunden. Was auch immer das für einer ist. domami. Ja, glaube ich. Also.